Hallo Hörspielfans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörspielfan, euer Hörspielmagazin rund um aktuelle und klassische Hörspiele. Ja, bei den sommerlichen Temperaturen brauchen wir ein cooles Hörspiel. Und da habe ich mir gedacht, ich krame nochmal eins hervor und zwar von den Masters of the Universe und dann reisen wir wieder gemeinsam auf den fernen Planeten Eternia. Und in diesem Hörspiel geht es ganz allein um ihn, um sein Geheimnis von Man-E-Faces. Denn heute präsentiere ich euch die Folge 15 von Masters of the Universe, die lachende Brücke. Europa hat dieses Hörspiel 1986 in den Handel gebracht. Man-E-Faces unterhält sich mit Tila. Tila fragt, welches Geheimnis ihn umgibt und entschuldigt sich auch für ihre offene, direkte Art. Man-E-Faces sagt zu ihr, dass er sowas gerne mag. Und dann möchte er erzählen, welches Geheimnis hinter ihm steckt. Plötzlich taucht ein Eisvogel auf. Er möchte Man-E-Faces und Tila greifen, erwischt aber nur Man-E-Faces. Er fliegt mit ihm weg. Tila ruft Panik-Alarm. Plötzlich erscheint Orko und Orko verfolgt den Eisvogel, der Man-E-Faces in seine Klauen hat. Orko kehrt zurück und erzählt den anderen Masters of the Universe, dass er gesehen hat, dass der Eisvogel mit Man-E-Faces unter einer Brücke verschwunden ist. Die Freunde machen sich nun auf, allen voran He-Man, Battlecat, Man-At-Arms, Tila, zur besagten Brücke. He-Man untersucht die lachende Brücke, indem er unten hervorgeht und er entdeckt nichts. Weder den Eisvogel noch Man-E-Faces. Ja, jetzt stehen sie vor einem Rätsel. Dann bekommen sie einen Tipp. Ja, wieder mal einen tollen Tipp. Es geht um Bescheidenheit. Es geht, denn plötzlich sind auch so kleine Zwerge sind da, die die Masters of the Universe mit Giftpfeilen beschießen, weil sie keine Auskunft geben möchten über die lachende Brücke. Aber sie erfahren denn, es geht um Man-E-Faces. Und dann geben sie doch einen kleinen Tipp. Es geht wieder um die Bescheidenheit. Und die Masters of the Universe versuchen Man-E-Faces zu befreien, denn sie bekommen auch raus, wer steckt dahinter? Richtig, Skeletor, der Herr des Bösen. Skeletor hat nämlich Man-E-Faces verschleppt und hält ihn gefangen. Und es geht dann um einen unzerstörbaren Diamant. Wenn man den zerstört, kann man auch Man-E-Faces befreien. Ob He-Man und seine Freunde es schaffen, Man-E-Faces, ja, ihn wieder zu befreien aus den Klauen von Skeletor, ja. Dann hört in diesem tollen Hörspiel von Masters of the Universe rein, die lachende Brücke. Die lachende Brücke. Ich finde die lachende Brücke besser als die Folge 14, der feurige Eisvogel. Denn als Kind mochte ich diese Folge sehr gerne. Ich habe damals, ich erinnere mich noch sehr gut dran, ich lag auf der Couch, habe mir nachmittags diese Kassette gekauft noch. Ja, es gab noch mal solche Extra-Läden. Ich glaube, ich war damals so ein kleiner Radio- und Fernsehladen bei uns im Dorf. Habe mir die Kassette gekauft, lag dann auf der Couch und überlegte, was hat es denn sich, was hat es denn sich, was ist das für ein Deutsch im Ohrgott? Was hat es mit der lachenden Brücke auf sich? Mein Gott, es ist wirklich heiß gerade hier drin. Man kann schon kaum die Worte in Gedanken fassen, geschweige denn diese auch noch aussprechen. Das ist so eine Erklärung, ja. Und ich war dann wirklich fasziniert von der Story. Schon alleine, dass da Man-E-Faces aufgetaucht ist, den hatte ich nämlich kurz vorher, da erinnere ich mich noch als Kind, habe ich mir kurz vorher auch die Figur noch gekauft. Diese tolle Figur mit dem tollen Gimmick, dass man da die Gesichter verändern konnte. Ja, Mensch, Roboter, Monster. H.G. Francis, der die Story geschrieben hat, hat da wirklich etwas Packendes zustande bekommen. Ich finde auch die Musik, die dazu gehört, auch perfekt. Die Geräusche super perfekt, die Sprecher super. Es ist wirklich ein Hörspiel mit einer der Besten, finde ich mal, die Europa damals produziert hat aus der Reihe Masters of the Universe. Ja, was ich ein bisschen schade fand an der Folge ist, dass Skeletor nicht so oft in dem Hörspiel vorkommt. Er hat bis auf ein paar Mal Lachen und zwei, drei, vier, fünf Sätze, ist wenig von Skeletor zu hören. Aber das tut der Story auch keinen Abbruch. Ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Und ja, was ich auch dennoch noch schade fand ist, dass die Geschichte um Man-E-Faces da nicht erläutert worden ist. Also man weiß nicht über das Geheimnis von Man-E-Faces und es wird auch in den nachfolgenden Hörspielen nicht mehr erörtert werden. Leider, leider, leider. Hätte man doch in der Folge am Schluss vielleicht doch mal sagen können, ja, das Geheimnis, so spricht nämlich Man-E-Faces doch dem Hörspiel, mein Geheimnis ist, ich habe drei Gesichter, so zum Beispiel. Und, was leider mies war, ja, da hat aber Europa auch, finde ich mal, einen Platz eins verdient. Zumindest bei dieser Masters of the Universe-Reihe. Das ist das absolut schlechteste Cover der Reihe. Ja, irgendwie doof gezeichnet, die Figuren da drauf sehen aus wie Hulle. Wir kommen nun zum Sprecher-Cast. Da hätten wir den Sprecher Horst Naumann. Horst Naumann fielen bekannt noch als Schiffsarzt vom Traumschiff oder auch als Dr. Römer von der Schwarzwaldklinik. Hiemen spricht Norbert Langer, Thieler Monika Gabriel, Orko Matthias Grimm, Battlecat Jochen Serndt, Skeletor Peter Pazetti. Daran hat sich also nichts geändert. Und jetzt kommt was ganz Abgefahrenes. Man-E-Faces, Wort gesprochen von Edgar Besson. Und er musste sich im Internet sehr viel Spott und Hämme einfangen mit dieser Rolle, denn viele beschwerten sich über seine Sprechweise. Ich eben schon mal gesagt habe, ich bin Man-E-Faces. So redet er da. Finde ich auch ein bisschen doof. Aber Edgar Besson, der auch bei TKKG mitspricht, hat Man-E-Faces seine Stimme geliehen. Melt Arms, wie immer, Karl Walter Diest, Der Geist, Gisela Trove, Basov, Lutz Mackenzie und Helmut Zierl. Ja, Helmut Zierl. Man muss sich vorstellen, Helmut Zierl, der hat früher in den 80ern, 90ern Serien gespielt, wie auch Schwarzwaldklinik, weiß ich noch. Auch, ich glaube, Freunde fürs Leben kann das sein. Ich berichtiere den Zwerg Doros. Ja, Doros, der die Masters of the Universe mit Giftfallen schießt. Mit Giftfallen schießt. Ja, natürlich hat hier unsere Märchenkaiserin Heike Dene-Körting die Regie geführt. Musik und Effekte Film Moss. Ihr die Folge, kennt ihr hier die lachende Brücke? Wie fandet ihr die Folge? Ihr könnt mir das ja mal mitteilen. Wie gesagt, ich würde jetzt da so die Note 3 geben. Ja, die Note 3 war für mich eine sehr gute Unterhaltung. Besser als der feurige Eisvogel vorher, wie ich eben schon sagte. Fand ich total toll, ja. Überhaupt die Masters of the Universe. Leider gab es wirklich nur so wenige Folgen. Es gab ja, wie ich schon mal sagte, es gab nur 37 Folgen plus eine Promo-Folge. Ja gut, da gab es noch eine, die unliebsamste, ja. Die folgte nach der 37, unnummeriert. Das war die Folge, die neue Dimension, was ist die neue Dimension? He-Man. Aufhörte die neuen Abenteuer von He-Man. Furchtbar, ja, kann man in die Tonne drücken. Aber wie gesagt, die ersten 37 Folgen der Masters of the Universe ist immer ein Reinhören wert. Und ich habe das als Kind verschlungen. Und damals gab es ja noch kein Internet. Man konnte sich die ganzen Informationen über die Kassetten gar nicht herziehen. Und ich war, weiß ich gar nicht, wie oft ich in Läden war und habe immer auf neue Folgen gewartet. Und dann habe ich immer geguckt durch den Kassettenständer. Und dann stellte ich fest, es gibt immer noch keine neue Folge. Und denn auch die Verkäufer konnten mir nie Auskunft geben, wann denn eine neue Folge rauskommt. Ja, heute ist das ja ganz einfach. Heute gucken wir mal im Internet und zack, findet man ja in zwei Wochen oder in einem Monat kommt eine neue Folge, zum Beispiel die drei Fragezeichen raus. Ja, gab es bei uns früher in den 80ern nicht. Was sind denn eure Erinnerungen mit den Masters of the Universe als Hörspiel? Das könnt ihr mir natürlich auch einposten. Am besten auf Facebook unter Hörspielfan. Oder ihr geht dann dann teilweise auch noch zusätzlich auf meinen YouTube-Kanal unter bumo.tv. Und ja, da könnt ihr noch einige andere Folgen von meinen Hörspiel-Reviews sehen. Und ihr könnt mir vielleicht noch ein paar Tipps geben, wie man sich im Sommer abkühlt. Weil die ist wirklich gerade mega heiß drin, stickig. Fenster sind zu, ja, damit keine Außengeräusche kommen, damit es auch nicht stört. Naja, dann wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen sommerlichen Tag. Schwitzt nicht so viel bei dieser Sahara-Hitze. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Hörspielfan. Und bleibt bis dato hörsinnig gut.